Zahlreiche Einschränkungen des Fern-, Nah- und S-Bahnverkehrs während der Märzferien. Das gab die Deutsche Bahn bekannt. Der Fernverkehr kann zwischen dem 4. und 18. März teilweise nicht in Altona, Dammtor oder am Hauptbahnhof halten. Ersatzweise halten die Züge dann in Harburg bzw. Bergedorf. Einzelne Züge werden komplett entfallen. Auch die Züge des Regionalverkehrs enden teilweise bereits in Pinneberg oder fallen aus. Die S1 fährt vom 6. bis zum 19. März nur zwischen Wedel und Berliner Tor sowie zunächst zwischen Barmbek und Airport bzw. Poppenbüttel. Die Linie S11 fällt im gesamten Zeitraum aus. Hintergrund sind unter anderem Kampfmittelsondierungen für den neuen Bahnhof Altona sowie an der Sternbrücke und der Eisenbahnüberführung Schanzenstraße.